Jo, da sind wir wieder, es fängt an tag zu werden und wir haben uns schon einen Ofen gerade darin gestellt, wo drin bereits mein Metal-Ohr brutzelt. Jo, und ich habe leider nicht mehr genug Holz, ich hole jetzt ein bisschen Holz und schaue währenddessen auch nochmal in der Stadt vorbei. Außerdem tue ich jetzt das erstmal hier rein, den lasse ich erstmal hier drin. Das mache ich so. So, tue ich auch zu lang hier rein. Die wertvollen Sachen nehme ich aber zuvor erst mit, weil es kann noch jemand durchs Fenster steigen. Jaja, wir brauchen 100 Metal-Fragments für einmal solche Fensterteile. Ja. Warte, mein Zufo kann ich eigentlich auch gleich. Bist du in der Stadt? Nein, nein, ich bin auf dem Weg. Ich gehe da jetzt auch hin, warte, lass mir meine Sachen. Nein, nein. Junge. Hä? So, ich bin jetzt gleich durch den Eingang durch. Warte auf mich. Nein, nein. Junge. Hä? Junge, ich gehe einfach schon mal auf meine Seite. Ey, jawohl, was zu essen. Acht Stück, acht Dosen Tuna. Ey, bin nicht blöd, wo ist die Stadt? Hahaha. Geil. Leder kann da bleiben. Blut kann da bleiben. Den Tuna kannst du schon mal essen direkt. Ich habe noch genug Essen. Höhunger Hangar Anzeige und noch genug Food-Eister. Jawohl, ich habe schon 64 Shotgun-Schüsse. Jetzt habe ich 67. Höhunger Hangar Anzeige. Habe ich auch. Hm. Jetzt habe ich ein Holo-Visier und einen Laser-Pointer. Jawohl, der Katze, der Knarre schon richtig mit Ausrüstung, wenn du eine findest. Ich hebe mir das wieder auf, wenn ich in den Knarre finde. Ja, ja, ja. Auf die selbstgebauten Ring, das nicht wirklich viel, da ist jetzt schon Kohle. Ich habe hier 15 Schuss für die M4. Äh, dafür lege ich mal dann diese... Die kannst du mir wiedergeben, die Schüsse. Mach ich. Und zwei Large Medic Kids und fünf Anti-Reaktive Pillen. Jawohl, da kannst du mir zwei vorgeben und das Medi-Kid auch einen. Nö. Junge. Geh mit mir. Ja, warte, komm hier nach vorne, vor die Stadt und geht die Radioaktivität ein bisschen weg. Und dann können wir uns die Tiere da vorne nehmen. Also hier, 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 stelle ich vor mich. DM Vierschüsse. Dann musst du da noch die beiden. Und es ist auch noch was für den Thunfisch. Jo. So, okay, das wäre es eigentlich alles. Ich nehme jetzt den Bogen und knall ein Tier da hinten ab. Kannst du mir Pfeile geben? Ich habe nur noch 20. Ja, aber... Ich will hast du. Ich habe sieben. Warte, ich hole ihn Wolf. Geh, warte, bis der ganz nah an dir dran ist und schießt. Warte, ich mache eben noch ein paar Arrows. Mach. Ach, toll, ich habe kein Wort, kann ich nicht. Ja, okay, warte, wir holen uns dann, wir holen uns dann den Bären da. Warte, ich gehe erstmal in die Stadt. Warst du da nicht gerade? Nö. Ok. Komm, gib mir eine Knarre, gib mir eine M4. Ey, 9mm, Moni, das ist ein Zeichen. Ey. Toll, 9mm, Moni, und ich kriege danach einen scheiß Schokoriegel. So, ich habe mir jetzt einen Bären alleine erlebt, ne? Na Gott, was hat der dabei? Einen Schokoriegel, einen Riegel, einen Energieriegel und Thunfisch. Ey, langweilig. Ja, Mann, schon mit dem nächsten. Oder den Wolf, den Wolf. Scheiße daneben. Aber jetzt muss ich treffen. Boah, Alter. Junge, da bewegt sich dieser Fitter. Immer nur scheiß Flares, die regen mich auf die Dinger. Nimm mit. Nein. Na bitte. Ich gehe jetzt erstmal Holz zacken. Jo. Und den Wolf habe ich auch, neuen Shotgun-Shills. Nimm mich dankend an. So, dann da hinten noch den Bären. Dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall wieder eine Menge Holz holen, weil ich brauche auf jeden Fall einen Foundation. Und so weiter. Jo. Und dann will ich auch noch etwas überhaben. Ich auch. Ich muss mir ja noch Pfeile machen, Alter. So, bereit für den dritten Treffer. Jawohl, da sind da lebt. Ich hab's gesehen. 14 Meter füllen, Mann, ey. Ich hab nur noch neun Pfeile, Scheiße. Okay, schon mal noch den Bären da und da. Ich schwör, wer ist mit drei Pfeilen schneller tot als mit neun Millimeter-Muni. Man muss bei neun Millimeter-Muni fast zehnmal auf den schießen. Jaja, ein ganzes Magazin. Ey, das mit dem Wolf, den hole ich mir. Oh, ein Lederhelm. Scheiße. Das mit dem Wolf, den hole ich mir. Mach, ich hab den Lederhelm gleich mal angezogen. Jawohl, direkt mal einen Rassenschuss getroffen. Nein, das packt. Jawohl, hab ihn. Das ist over. Acht Shotgun-Shells, komm her. Mach ich, wo bist du? Hier, ich hüpfe jetzt gerade. Ich seh dich nicht, ne? Gib dir mir gleich. Lass uns erstmal genug Holz holen. Mir aus. Oh, da haben wir ein paar Holzstapeln, jawohl. Und ist das ein Bär? Oder ein Schweiß? Vielleicht darf ich nicht so lange an diesen mickrigen Bäumen aufhören. Ich muss heute, jawohl, da ist noch keiner. Ey, das da ist auf jeden Fall ein Bär und das auch. Oh, zwei Bär. Oh, jawohl, zwei Steine, das gibt wieder mehr Metal. Jawohl, gut. Aber Holz ist jetzt erstmal wichtiger. Juni, die Kackbären stehen natürlich auch immer genau neben dem Holz. Machst du dir ein Fenster als der Bauer, oder machst du es sehr schön gemütlich dunkel? Ich mach ein Fenster. Dann kann ich rausgucken. Ich glaube, ich auch. Ich muss mich noch entscheiden, auf welche Seite ich das Fenster mache. Ich auch. Entweder ich mach es links hin, oder... Oder... Nein. D- D- N- D- Entweder links oder... Oder gerade aus. D- 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 N- D- 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 der glückliche wir wollen heute laufen der Wohlholz auf wir wollen schlaft gerade auf den drittens nicht auf den zweiten zu ja wohl sind die vielfältig auf den der Wohl wir wollen heute auf sie immer noch am besten er wollte nachher war heute auf der Wohl Junger hier in meiner Nähe sind auch recht viele ich bin jetzt schon mal dritten ja ich hab dann der hat den zweiten geholt jetzt kommt der dritte jawohl ich freue mich schon weil wir so richtig fucking geil ausgestattet sind wie beim ersten mal jawohl wie das entgeil wird da hinten haben wir auch noch zwei Holzhaufen Junge hier ist ein Stein genau in den Holz in den Baum reingebackt beziehungsweise geglitscht der dritte ich hätte auch mehr Holzhaufen d d die mir wohl schon wieder ein entgeiler fucking tag mit du hast jawohl und ab Montagabend an denen sie aufnehmen die jungen das wird ja so ganz schnell am Wochenende vielleicht geht es ja ne ne ich glaube eher nicht warum nicht die man ja nicht aufnehmen darfst er vielleicht doch wenn doch dann am Wochenende theoretisch könnte ich auch nicht nur ich bin dann in einer wozu sagt mein Vater ich weiß ob das abfahrt die jahre muss man gucken ich hab schon ein ein Stickholz er wollte ich auch jawohl das hat mein Inventar ich muss das mal sortieren jawohl jawohl Junge jetzt gerade hat er wieder seine fünf Minuten was sonst Junge jawohl da sind zwei Holzhaufen genau neben der Straße jawohl 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 Junge ich habe mich alle mit diesem Scheiß jawohl ab ja okay und da haben wir denn erst dann braucht es auch wenn und da hinten abfahrt in der stammt und tierer die tschule ein Klassiker aus der 1 verfolge jawohl da hinten bist du ja hüpfel ich gerade dann bin ich doch nicht oh Spaß wo bist du ich bin schon weiter oben Junge Holzhaufen Kuss schön jawohl da hinten sehe ich noch einen jawohl doch vor und dort in der Nähe unseres ersten Hauses ein fucking vieler Holzhaufen jawohl da sind noch mehr ja ja auch es geht da richtig ab ich sehe hier zwei Stück das gute ist wir nehmen jetzt gerade schon voll viele Folgen im Voraus auf dann können wir auch direkt mit der sie anfangen und müssen da nicht was spielen jaja von der Zeit kann ich dann auch noch ein paar Folgen im Voraus machen uh da haben wir noch einen Holzhaufen ja ja und ich werde heute dann möglicherweise auch noch die erste Monaco-Folge rausbringen oh jawohl noch ein Holzhaufen jawohl Alter wie viele Holzhaufen in der Nähe der Bären liegen ja das nervt das nervt richtig ich schleiche mich jetzt um den Bären herum ich werde das wollte ich mache ich mir jetzt fertig mach ich mir jetzt fertig nein der Bär hat mich ich kann euch nicht helfen sorry ich weiß ich komme gerade vor dem der war viel zu weit weg als ob der ihn als ob der ihn nicht kriegen würde er wollte etwas essen jawohl gut oh Junge hier liegen drei Holz auf und ich muss weglaufen wo bist du vielleicht kann ich die nehmen ich laufe gerade in Richtung eines Hauses und shit ich muss jetzt kurz raus wegen dem Fernseher in welches Haus ist zu unserem Haus zu unserem Haus scheiße mich jagt auch ein Bär verdammt ey Philipp ja mich jagt auch ein Bär ey scheiße so mal gucken ich glaub der ist weg jo der ist weg sauber so stellt man sich das vor der Bär scheiß lang aber das ist gut ich weiß anders als Wölfe Wölfe gehen zwar schneller down auch nur sie ist so fucking hartnäckig vor allem schwarze Wölfe und dann auch in der Dunkelheit das hat Holz aufruflich ey mann jetzt rät er mir immer noch hinterher der Penner ja ja hatte ich gerade auch ich muss dann drei an drei wunderschönen Holzhaufen vorbei rennen ok da links ist der toll da steht ja genau neben diesen drei wunderschönen Holzhaufen jawohl der ist stehen geblieben ja wohl gut okay ich schleiche mich jetzt zum Holzhaufen hin hoffentlich werde ich nicht von ihm entdeckt das wäre sehr tragisch wenn ich entdeckt werden sollte halt habe ich schon wieder viel Holz jawohl so muss man es machen am Tag irgendwie die ganze Zeit Holzpacken und jagen und jagen jetzt nachher auch schon bauen ja mann das geilste Spiel einfach ja dazu kann ich euch eine Geschichte erzählen wir waren mal bei Saturn und dann haben wir da so den Schnäppchen Spiele Dinger da mal geguckt was es da so für eine Scheiße gibt und ich erzähle die Geschichte nächste Folge bis dahin Ciao gut sag auch fühlert